Wir hoffen da mal drauf. Ja, die stört ja bekanntlich zuletzt. Genau. Hoffen wir mal drauf. CPU-Auslastung zu 100%. So, du sagst, wo wir raus sollen. Yes. Sollen wir direkt hier raus, am Anfang? Okay, 3, 2, 1, raus. Okay, links in die Stadt. Richtung Osten. Ja, okay. Und dann lass uns mal auch direkt mal ein Auto suchen. Ja. Ich bin bei der Stadt. Wo bist du? Ach ja, du bist auch da drüber. Okay. Wir haben direkt 2, 3 Leute bei uns in der Umgebung. Echt? Ja. Oh ja. Wird schon schief gehen. Eben hatte ich mein schnellstes Spiel ever. Reingekommen. Und gestorben. Nee. Und dann eine Waffe gesucht, drei Häuser abgefahren, weil hinter mir ein Typ her war. Nix gefunden. Und dann kam einer mit einer M16 an und hat mich aber lange versucht zu killen, weil ich quasi mal Mäuschen gespielt habe und um so einen Karton rumgecroucht bin. Und der von der anderen Seite. Also in der Kirche war ja mal totaler Reihenfall. Na, du bist am anderen Ende der Stadt, ne? Ich höre hier einen. Ja, kann sein. Aber so allzu weit voneinander sind wir, glaube ich, nicht. Ja, wir müssen aber schnellstmöglich wieder zusammenkommen, suchen. Ach, ich. Bei mir läuft's. Gutes Haus. Was hast du? UMP 9, beste. Zweimal. Also UMP 9 zweimal. Hm. Ich kann dir die gerne mitbringen, falls du noch keine Waffe hast. Ja, bisher habe ich nur... Oh, warte, jetzt habe ich was. Eine S12, ah, okay. Okay, ich wechsle die eine UMP 9 gegen eine M16 H4. Das ist meine Lieblingswaffe. Dafür habe ich einen fischen Mantel gefunden. Ich ein gestreiftes T-Shirt. Aber bei uns in der Gegend ist keiner direkt runtergekommen, ne? Nicht? War eine Frage. Also ich meine schon. Oh, ich habe keine Pistole. Fällt mir gerade auf. Läufst du hier rum bei mir hier im Haus? Ne, hier ist einer. Ich glaube ich, der ist ins gelbe Haus gelaufen. Ich höre keinen. Okay. 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 Versuchst du langsam zu mir zu stoßen, weil wir müssen uns... Ach, wir sind zum Glück auf dir... Also ich bin drinnen, du? Ja, ich noch nicht ganz. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen beschäftigt hier. Oh, was haben wir hier? Eine AKM. Ich würde auch gerne suchen, kann ich aber nicht, weil hier irgendeiner rumschleicht. Ja, ich höre auch einen hier. Du bist voll weit weg. Der muss dann bei dir sein, irgendwo. Ich will mir den Buggy eigentlich holen, der da auf der Straße steht. Und weiter zentral reinfahren. Warte mal bitte kurz leise. Ich muss Schritte orten. Hier läuft definitiv einer. Scheiße, ich traue mich nicht raus zu gehen. Du bist in diesem roten Gebäude, ne? Mhm. Also an der Kirche sehe ich niemanden. Okay, wir haben hier draußen auf jeden Fall ein Buggy. Ja, da wollte ich die ganze Zeit hin. Zu dem Buggy auf dem Feld links? Naja, ich wollte erst hier looten, aber alleine ist halt scheiße. Wir müssen wieder zusammenfinden. Okay, ich versuche mal außen lang zu gehen. Warte, ich komme auch in deine Richtung. Der Kirche ist niemand, hast du gesagt, ne? Ich habe zumindest niemanden gesehen. Okay, kurze, wir sind glaube ich in Sichtweite. Ja, wir sind schon die ganze Zeit. Hier im Haus warst du drin? Ne. Hier ist die Tür offen. Ich gehe mal außen. Ich weiß. In dem anderen ist auch die Tür offen, dem gelben. Und ich habe hier jemanden laufen gehört. Du das bist. Okay, hier das Haus scheint auch gelootet worden zu sein. Hier liegt übrigens noch ein geiler Mantel, wenn du den willst. Ja, gerne. Ich komme runter. In dem gelben. Ja. Hier. Unterm Tisch. Und ein Rucksack. Ja. Unterm Tisch? Ach, unterm Tisch. So, jetzt bräuchte ich nur noch einen Dreckshelm. Ja. Mündungsfeuer-Hämmer. Ah, MG. Ich habe hier noch Nina MG gesehen. So, wollen wir den Buggy nehmen ein bisschen weiter in die Mitte fahren? Warte mal, hier ist noch eine UMP, die nehme ich mit. Ja. Ja. Okay, ich komme. Fährst du? Kann ich machen. So, erstmal Karte aufmachen. Ich würde sagen, wir fahren an den Fluss. Fahr mal. Siehst du an Gatka oben den Berg, die Bergkette, das kleine Dorf? Ja. Dann fahren wir da hin. Erstmal fahren wir bis zum Fluss. Würde ich sagen. Sag mal, die Markierung bringt ja rein gar nichts, wenn man die sich setzt, ne? Ja, ich sehe die, aber meine nur. Ja, ja, aber wenn man die sich halt selber setzt, man hat keinen Hut, was einen irgendwie hinführt, nichts. Das bringt also so gut wie gar nichts. Doch, klar, du siehst auf der Map, äh, auf dem Radar oben. Mhm. Siehst so einen gelben Punkt. So navigiere ich immer von, oh scheiße. Alter, alter, alter. Ist ein Buggy. Wollen wir hier looten? Ja. Nichts zu looten hier. Oh, da war was. Was? Kompensator MP. Das ist, glaube ich, gut. So weiter, ne? Ja, ja. Siehst du, wo der Airdrop kommt? Ja, rechts von uns, da könnten wir sogar hin. Der ist nicht weit. Ich sehe ihn nicht. Links, links, ein bisschen links. Hinter dem Gebäude quasi, was da ist. Da müsste der runtergehen irgendwo. Lass uns gleich die Gebäude hier noch mit looten. Lieber, äh, lieber, äh, warte mal. Alter, macht da noch mehr Krach. So, raus, Alter. Obwohl, ne, warte, der ist er. Warte, lass mich, warte auf mich, ich komme. Der ist ja noch ein Stückchen weiter. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Jo, ab. Du musst, du musst besser gucken, weil ich kann nicht so hochscrollen mit der Maus. Okay, lass den Buggy am besten jetzt gleich irgendwann im Baum stehen. Lass ihn mal stehen jetzt. Okay. Der ist genau über uns. Ich lege mich hier hin. Ja. Das Ding hat Loot, ne? Da kommt ein Auto. Von wo? Äh. Warte. Ich glaube, ne, ich glaube, ich höre nichts mehr. In der Richtung, wo ich geguckt habe. Ja, das Zeug müsste Militärloot haben sogar. Also eigentlich ziemlich guten Loot. Ist schon da? Oh. Dann schießt leer. Ja, von da hinten. Ich habe leider kein Visier. Hab mir einmal gehittet. Mich hat er auch getroffen. Boah, ist der Server am Lacken. Die rennen da unten lang. Komm, ein Buggy. Der ist unten an dem Baum, wo ich hinziele. Kriegst du ihn down? Wieso hat er mich und ich eh nicht, ey? Scheiße, ich bin gleich dead. Ah, ich bin weg. Verstehe ich nicht, Alter. Man kann wirklich aus der Hüfte überhaupt nicht ballern, oder? Ne. Der ist an meiner Leiche. Nee, da war keiner. Darf, darf, vor dir direkt. Ach. Aber wieso schießt du denn eigentlich aus der Hüfte? Weil ich den nicht sehen konnte, wenn ich liege. Macht Sinn. Ja. Also, wir waren auf jeden Fall besser ausgerüstet, als die. Die hätten wir ficken können. Ich habe den auch ein paar Mal getroffen, aber dann... Ja, aber du musst dir bitte angewöhnen, mit den Koordinaten unten was zu sagen. Weil, ja, hier wo ich hingucke... Ja, woher soll ich denn wissen, wo du hinkommst? Ja, kann ich nicht. Bis ich das im Hirn umschalte, bin ich tot. Ich kann nur sagen, da unten an dem Baum. Ja, überall Bäume. Der erste Baum nach dem Wasser. Ja, na ja. Noch, wie viele Punkte fehlen dir zur nächsten Kiste? Boah, einiges. Ich hatte erst vor kurzem eine geholt. Was macht die CPU-Auslastung? Ja, die ist fleißig bei 100%. Mal geht sie runter auf 85, dann wieder auf 90, dann mal ab und zu auf 100. Und dein Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit? Weiß ich nicht. Ja, würde ich mal nachgucken, weil wenn du eine hast, kannst du dem Recht, äh, kannst du doch, äh, OBS sagen, er soll versuchen, alles über, äh, alles über, äh, das, äh, Quick-Sync zu machen. Ja, okay, wo kann ich denn Quick-Sync überhaupt aktivieren? Weil die, die Option habe ich gar nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist die Einstellung, die bei mir ausgegraut ist. Ne, die muss auf Advanced, äh, wenn ich mich nicht täusche, muss sie auf Advanced gehen, in diesem komischen OBS. Und dann, äh, kannst du das dann auswählen. Aber in Elgato konntest du es auch nicht machen, ne? Ne. Wir kommen direkt über der Militärbasis, da auf jeden Fall nicht abspringen, oder? Ja, aber im letzten Mal kamen wir, kamen wir eigentlich relativ weit, oder? Ich nicht, weil wir nicht zusammen waren. Also ich habe da, glaube ich, zwei Leute gekillt. Lass mal abspringen. Ja, können wir noch nicht. Drück einfach F und dann sofort, wenn es geht. Ja. So, und ich bin auf der linken Seite, da wo die vier, wo die vier, ja genau, an der Landebahn, diese vier Teile da. Ja, Silos, Raketensilos. Ja, 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 genau. Uh, wir gehen jede Menge runter. Ja, ja. Oder, wenn, Benzinkanister, oder was, der Teufel. Hm. Das ist. So, ich bin quasi, ach, das ist ne, ich dachte, das ist ja ein Häuser, fuck. Das sind Garagen. Aber ich hab direkt mal ne KRK. Sehr gut. Rucksack Level 3. Aber keine Waffe. Ne UMP. Jetzt, ja super. Sind wir zusammen? Ja, wir sind direkt hier. Du bist ein weitergelaufen. Ich bin ein zweitergelaufen. Und ein Helm Level 3. Hammer. Okay, Alter, warte. Lass, lass beieinander bleiben. Ich komm jetzt zu dir. Bin da. So, ich hab ein Scharfschützengewehr von AKM. Sauber. Okay, los. Fuck. Hinter uns. Ich bin tot. Boah, was war das denn bitte? Ich hab den gar nicht gesehen. Alter. Ja. Wir sind die schlechtesten gewesen. Ja, wir sind ins Kreuz geschossen worden. Bam. Ne, mir hat sie in die Fresse geschossen mit zwei Schuss. Und ich hab sie auch getroffen, aber sie ist nicht da rumgegangen. Ich hab gar nichts gesehen. Ich war zack weg. Aber ich hatte auch keine Weste. Ich hatte halt nur den Helm. Okay, schnelle Runde. Passiert. Oh Mann. Das erste Mal, wo ich von Anfang an ein Scharfschützengewehr hatte. Und dann so. Und ich hatte eine Weste. Ich frag mich, wie die mich gekillt hat. Wann kommst du morgen zur Arbeit? Wieder gegen 10 oder was? Wahrscheinlich. Ja, morgen geht der Abschluss wieder los. Da heißt es dann wahrscheinlich wieder Überstunden kloppen. Ätzend. Ja. Ich meine, dass man ab und zu mal eine heiße Faser hat. Okay, aber bei euch ist es ja jeden Monat. Und das Ätzende ist, ihr habt es ja vorher auch nicht gerade leichter. Ja. Richtig. Und Urlaub können wir nur in den letzten beiden Wochen des Monats nehmen. So. Wo sind wir denn hier? Ganz oben, links, bei Zaki. Okay, da würde ich aber nicht aussteigen. Da würde ich nicht aussteigen. Ich würde vielleicht... Guck mal bei LD oder LC am Ende neben den zwei langen Landebannen. LC. Ja. Ja, genau. Da müssen wir ja... Quasi bei der Landebahn. Wir steigen jetzt aus. Ja. So. Ich... Ich sehe... Das ist ein anderer. Ich versuche dich... Ich sehe dich. Ich fliege dir nach. Das sind keine Landebahnen. Das sind glaube ich diese zwei Schächte. Unter der Erde. Da sieht aber so wie eine Landebahn aus. Ja, irgendwie ja, ne? Ah, da haben wir... Da hatte ich ja letztens einen Fünfer-Killstreak, ne? Ja, hoffen wir mal, dass er jetzt wiederkommt. Und ich nicht... Oder ich nicht Teil eines werde. Mhm. Also ich lande hier in der Häusergruppe. Ja, ich lande ein bisschen weiter außen. Will mal gucken, was es hier bei diesen Schächten gibt. Aber das war Fail. Weil hier gibt's mal rein gar nix. So, ich geh jetzt in die Häuser. Ja. Ich bin schon in einem drin. Mhm. Mhm. Ich bin down. Mit einem Schuss, die Fotze. Was ist denn das? Fuck, Alter. Von wo denn? Ja, die war im Haus. Du bist ein bisschen weiter weg, ja. Das gibt's nicht. Ich habe sie mit einem Revolver zweimal getroffen. Ja. Vierfach, super. Da ist ne Maschine... Da ist ne Maschine... Da ist ne Maschinengewehr. Ja. Auf Autostellen. Ein Schuss drin. Ich habe nicht genug Platz. Das darf doch nicht wahr sein. Zwei Schuss in der UC. Das bringt mir mal so gar nix. Wie? Da liegt auch Munition auf dem Boden. Ja, ich kann sie nicht mitnehmen. Dann schmeiß was aus deinem Inventar raus. Nimm die Munition und lade nach. Ich habe zwei holographische, ja. Lad nach und dann kannst du wieder ne Munitionsfackung aufheben. Was nimmt die denn überhaupt? Die UC. Neun Millimeter, na prima. Sind das nicht neun Millimeter? Ne, das sind wahrscheinlich dann normale Patronen, oder? Ja. Da kommen die weg und die nehme ich. Ruckels bei dir auch immer so? Ja, wenn man bei dir zuguckt schon. Aber ist ja, das kann man ja gar nicht mitnehmen machen, ey. Rucksack, Rucksack. Aber ich habe auch keine Weste und nix. Ah-ha. Ah-ha. Achso. Achso. Das sah schon aus wie ein Level-2-Helm. Mach's aber dann doch nicht. Ja, hier liegen dann natürlich zwei Rucksäcke rum, weißt du? Ne Beste? Ne Beste. Ja. Granaten. Ah, du wirfst eh nicht mit Granaten, ne? Nicht wirklich, aber ne Splittergranaten nehme ich mal mit. Hier ist noch ne AKM. Guck mal, lieber gleich auf die Karte. Ich bin drin. Mhm. Schön. So, und die ist hier aus dieser Tür rausgekommen. Ne, also die ist hier so, so, so durchgelaufen. Mhm. Und hab mich im Umdrehen... Achso, ich bin... Äh? Ich dachte, ich liege in dem Haus. Sorry. Ne, da hinten. Oh, fuck! Von wo? Ich würde sagen... Keine Ahnung. Kann sein, dass die noch in dem Haus verursichtbar barrikadiert hat. In einem der Häuser. Oh. Haha. Croucher doch. Keine Ahnung. Was komisch ist, dass in meinem Haus die Türen zu sind, in allen anderen sind die offen. Alter, ich verpiss mich hier. Keine Ahnung, wo die ist. Nein. Nichts. Also machen wir. Es schmerze. Wir müssen uns hier. Ich nehme dich hin. Ich nehme dich hin. Ich nehme dich, keine Güte hin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich weiß natürlich nicht, ob die irgendwie ein gutes Visier hat oder sonst was Sonst würde ich halt irgendwo jetzt gleich hier hoch Komm, mach ich einfach mal Sitzt die da hinten? Oh fuck, ja Nein SKS Ja Aber der war weit weg Im Nachkampf mit SKS getötet, so nah war das nicht Nein, das war ein Fernkampf Ich habe ihn gesehen, wie er da hinten gehockt hat Kann ja nur besser werden, ne? Ja, da sagst du was Ja, hatten recht viel Pech mit der Landesstelle, die wir immer erwischt haben Hm Aber ich muss sagen, es geht jetzt, es hat auf jeden Fall was geholfen Ehrlich? Ja, definitiv Es ist zwar immer noch ab und an voller Auslastung, aber es kommt nicht mehr die Meldung Dass er Probleme hat mit dem Dekodieren Das ist gut Und folglich ist der Stream auch nicht so krass am Ruckeln Klar, immer ein bisschen, aber geht Ja, sehr gut Ja, sehr gut So, dann werde ich diese Runde auch mal mit streamen In der Hoffnung, dass es besser ist, bzw. dass ich eine super Ausrede habe Warum ich es nicht geschafft habe Mhm Ich glaube, hast du mal gesehen, wenn du hüpfst und Nahkraft betätigst, ne? Kannst du so einen Superman Punch machen Ja, ja, aber ich habe heute so einen ausgenockt, ne? Mit einem, äh, Hoppali Echt? Ich weiß natürlich nicht, wie viel HP der hatte So Du entscheidest, wo wir abspringen Okay, wo sind wir denn hier? Wir kommen wieder aus dem Westen Ja Ja Ich würde sagen, wir gehen Jetzt raus Und dann springen wir in Richtung Norden Zu der kleinen Stadt Oh, das ist eine große Stadt, aber egal Ich sehe vier Leute fliegen, fünf Leute fliegen Aber ich sehe eigentlich keinen Vor dir sind es auf jeden Fall zwei So, die Häuserreihe hier hinten erstmal, oder was? Ja, ja Ich bin gelandet Ich bin noch nicht Jetzt Ja, noch nicht UMP Jetzt Ich gehe mal hier in die offene Lagerhalle Ja Yes Ich habe eine SKL Schön Sauber So Erstmal auf Auto nachladen Und auf Auto gestellt So, ich gehe in die Häuser hier direkt neben dir Ja 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 Okay, hier gibt es nix Knoppen Dach Knoppen Dach Knoppen Dach Ja Ja Und so lass mal nach dem Kreis gucken wir sind ja nicht drin aber noch okay oder was mit bisschen laufen sind wir kriegen wir sind ja der weg führt ja durch die stadt sollen wir durch ich bin noch am looten okay ich warte hier unten auf dich aber ich hatte noch kein glück mit mit rucksack oder dergleichen ja ich auch nicht ich habe auch keiner kein helm keine weste nichts ich habe wenigstens einen mantel einen blade mantel so ich komme runter okay dann lass uns in das city ist das ein auto warte mal ja ich glaube ja also es ist ein auto aber wir können sich benutzen nicht alle so ich schätze mal an der stadt so ein bisschen vorbei hintenrum oder ja ich würde schon gern noch was einsammeln weil wir ja gar nichts haben auch ein helm prima Motorradhelm oder ein richtiger? Motorradhelm Verbandszeug Nochmal Verbandszeug Ich kann es nicht mitnehmen Hier ist Verbandszeug, nimm du mal mit Kann ich auch nicht mitnehmen Da oben liegt noch ein Helm Hast du ihn gesehen? Ich habe schon einen Ich höre geballer Ich auch Wo bist du? Neben einem Haus Mit dem du gerade langläufst Mist, kein Rucksack, keine Weste Nicht gut Nee, ganz und gar nicht gut Aber ein Energy Drink Aber ich kann es nicht mitnehmen So, wir müssen aber langsam Ja, ich weiß Okay, ich komme raus Machen wir uns auf den Weg Wo bist du? Ach, da vorne Okay 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 Und? Hier ist erste Hilfe Die großen Kästen Die großen Kästen Ja, komm, da nehme ich eine mit Ich bin nur hier reingegangen Um zu gucken, ob wir hier einen Rucksack Aber Nichts am Start Direkt raus Du brauchst nicht hochlaufen Okay Du brauchst nicht hochlaufen Wir müssen leider weiter Ob es hier oben was gibt? Mitten im Ding Mitten im Ding Das war auch geil Ist das nicht die Schule? Hier ist ein Mantel für dich Jo Da sieht man wenigstens nicht, dass ich nichts habe So, ich würde weiter Okay Okay Wir können, wenn du willst, hier nochmal durchlooten Weil es direkt an der Grenze Äh, es war fast genau das gleiche Wir hätten auch die Schule durchsuchen können Mein Fail, sorry Echt? Alles deine Schuld? Wenn wir jetzt hier drauf gehen Ist das deine Schuld? Ja Ich glaube, hier war schon jemand Ja, sieht mir schwer danach aus Oh Ich habe hier Westen, Alter Zwei Stück Komm mal rüber in das Haus Direkt vor der Mikrowelle Ich sehe es Merci beaucoup Und hier ist ein Rucksack Borna endlich Wenn du einen zweiten siehst Hm Oh, eine AKM Ja, Mann Rotpunkt Visier M14-16 M14-16 Wenigstens zwei Waffen Ja, Rucksack Sauber Habe ich die getauscht mit meiner OMP9 Hier ist noch eine OMP9 Nur, ich habe eine Ich nehme mir die OMP9 Gegen welche tausche ich Weil das sind beides die gleichen Nee, ich hole mir die OMP9 Wieso habe ich keine Muniz Was ist das denn? Ah, jetzt So, wie weit ist Das Ding noch Von uns entfernt? Ich, äh Es hat uns gleich Lass uns mal Reinlaufen in die Zone Ich komme runter Wohin jetzt? In welche Richtung? Hm An Gattaka Bei der Y-Kreuzung Diese Häuser Okay Siehst du die? Ja Hast du die vier gesehen Oder die zwei? Die zwei Und meinst du doch, oder? Ich meinte eigentlich die vier Aber wir gehen auch zu Oh Nee, dann lass Folgt mir einfach Bei den Vieren Bei der Y-Kreuzung Da drüber Nördlich Nordöstlich Ja, ja, ich sehe es Ja, okay Dann gehen wir da hin Die sind direkt in der Zone Genau, deshalb Die sind direkt in der Zone Die Häuser sieht man schon. Bist du dir ein bisschen am Lenken, ne? Bei mir aktuell nicht, aber ich glaube, er hat es schon, wo du es gerade gesagt hast. Da ist ein Auto. Gerade wenn ich dich laufen sehe. Ich bin zu schnell für die schlechten Server, weißt du? Ja, du läufst so schnell, da kommt das Bild gar nicht hinterher. Ja. Der hat so viele geile Sachen bei mir zu rendern. So, wenn wir hier durchgelootet haben. Warte mal, das Auto steht leider außerhalb. Ich nehme das Auto. Ne, das steht innerhalb der Zone, ne? Ja, ja. Dann gehen wir gleich mit dem Auto auf Fahrt ins Zentrum. Ja. Weil wir wären... Oh, hier waren Leute schon. Das stimmt. Ja. Hier gibt es nicht wirklich was, glaube ich. Ne, hier stehen wirklich alle Türen offen. Dann lass zum Auto laufen, oder? Alter. Bist du das, der da mitten auf der Straße steht? Nein. Dann gibt es jetzt einen weniger. Da war einer auf dich am Zielen. Echt? Oder ne, du stehst... Okay, da warst rechts. Da muss ja irgendwo wahrscheinlich noch... Ja, da muss ja irgendwo noch einer rumlaufen. Vorsicht. Der hatte halt weiße Klamotten an, ne? Komplett weiß. Deswegen dachte ich erst, das wärst du gewesen. Aber du hast ja auch schon einen Mantel an. Ja. Okay, Alter, das ist jetzt natürlich ein Ding. Wenn wir zu dem rüber rennen, dann knallt uns bestimmt ein anderer ab. Der müsste in der Mitte des Platzes stehen. Ich weiß nicht, wo der Typ... Warst du in den gelben Häusern hier? Ja, eben. Oh, hier sind auch schon Tote. Alter. Eine UMP. Wenn die irgendwie was Helm-mäßiges haben. Ja, die haben einen Helm. Motorradhelm. Ich auch. Ich meine einen richtigen. Der Typ hat ja mal gar nichts an, ne? Komm, lass uns zum Auto gehen. Okay. Römer, die Zone kommt schon. Ich bin drin. Wohin? Ich fahr da. Ich fahr uns einfach mal wohin. Ja, Richtung Zentrum einfach. Puchindki. Ne, da will ich nicht rein. Ne, aber am Rand von Puchindki vielleicht. Ja, genau, so, so, da drüber. So. Fahr nicht gegen den Baum, Junge. Äh, ich fahr grad auf der Map. Oh, der Kreis ist wieder kleiner. Verhalt dich mal ein bisschen nach rechts. Ja, nicht ganz so krass. Aber ja, doch. Bei der nächsten Häusergruppe, die kommt. Halt hier oben mal an. Halt hier oben mal an. Lass uns da mal die Häuser checken. Wir haben aber keinen Sprit mehr, ne? Fast so gut. Ja, scheiß drauf. Wir sind ja eh gleich da. Die Lagerhalle und so, da laufen wir in die Falten. Ne, wir laufen schon in die richtige Richtung. Da ist er aufgeregt. Ob wir zusammen. Das wollte ich noch wissen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Leg, leg, leg. Boah, ich komm gar nicht vorwärts. Boah, dieser Leg geht gar nicht. Ich komm gar nicht vorwärts. Hat ich eben auch. Ich lauf auf der Stelle, Alter. Ja, und dann gleich hier wirst du zurückgeworfen. Okay, wenn ich krieche, komm ich vorwärts. Wow, Helm Level 3. Sauber. Ich hör einen ballern. Mhm. An der Kirche oder so. Linke Seite, ja. Ich geh jetzt in das Haus gegenüber der Lagerhalle. Ja, hier komm ich jetzt auch mit rein. Die Blendkanade war eigentlich eben ne geile Idee. Mhm. Aber damit hat er mich nicht erledigen können. Es geht schnell, dass du dich wieder dran gewinnst. Was ist das denn hier? Ach. Ja, hier ist nix. Pass auf, da geht's raus, ne? Wegen der Kirche. Hoogsack Level 2. Hab ich. Okay. Okay. 32 Leute noch. Okay, sag mal los. Auto, oder? Oder ohne Auto? Ohne Auto, Alter. Das ist jetzt zu laut. Das ist hier noch nix. Aber wir können nicht einfach übers Feld, oder? Komm. So, geradeaus zu dieser Häusergruppe. Ja. Und da müssen wir uns dann, äh, verschanzen, beziehungsweise, äh, uns so positionieren, dass wir alles abdecken, weil der Kreis wird gleich, äh, ganz schnell nochmal deutlich kleiner. Mhm. Und, äh, immer aufpassen. Linke Seite, da käu' ich, jeder hat mir irgendeine Baller immer die ganze Zeit. Ja, ja. Das sieht aus wie ein Schlachthof. Hier steht auch ein Auto. Hier könnte jemand sein. Ich glaub, die haben uns gesehen. Einer ist tot. Ist bestimmt noch einer drin. Hast du ihn? Nee. Oh fuck, ich bin down. Der ist im Haus. Rechte Seite, wenn man reinkommt, rechts. Wo, der trifft mich. Wie geht denn das? Ach, tot. Der schießt durch die Wand. Wenn ich wüsste, wo der ist. Der ist da in dem Haus, rechts um die Ecke. Halt dich mal schnell oder sowas. Okay. Komm, Alter, das rockst du noch. Den haust du noch weg. Ich würd gerne wissen, wo der ist. Der ist aber im Haus, ne? Mhm. Du wirst von, von außen beschossen. Von der anderen Seite, von der. Pass auf, linke Seite, da war der. Im Haus. Nicht da ins Bad, sondern rechts in dem Gang. Da stand er und hat mich abgeknallt. Du hast ihn bei dir reinge... Da ist er. Da läuft er. An dem Gang. Ich glaub, der ist da rechts, rechts direkt. Ja, da. Alter. Genau, den meinte ich. Ja, aber war gut. Wir müssen noch an der Positionierung... Macht hier nichts los mit meiner Mutter, streite ich mich genauso, wenn sie mir vers- steigen. Aha. Weil sie immer davon ausgeht, dass man in ihrem verdammten Kopf sitzt und auch dahin schaut, wo sie hinschaut. Aber schade. Naja gut, ich hab's dir nicht anders erklären können, als in dem Gang, in dem Flur. Da gibt's nur einen Flur. Ich war aber draußen. Woher soll ich denn wissen, wo der Flur ist? Naja, du warst nicht draußen, als du jetzt im Haus warst. Da, okay. Aber... Naja. So, eine Runde noch. Schön die Flashbank geworfen. Und das stimmte nicht, dass er aus dem Haus schießt. Das waren die anderen außerhalb des Hauses. Genau, das waren die quasi hinten, die aus der Stadt mit irgendeiner Sniper auf dich am Ballern waren. Genau. Ja. Nur ich dachte, der schießt aus der Wand raus. Deshalb war ich irritiert und wusste nicht, wohin. Naja. Blöd gelaufen. Schade. Stürbt alle! Was ist ein Geballer, ey. Kuckuck. Hallo. So, wir kommen über die Militärbasis. Ja, wir fliegen aber was weiter diesmal, oder? Also, ich bin letztens genau hier rausgesprungen. Ah, nee, wir fliegen weiter, komm. Es sind relativ wenig Leute ausgestiegen gerade, ne? Nee. Nee. Also, so mindestens, ja, 15. Okay, dann sag du, wann wir raus sollen. Neben dem großen Quadrat, das ist, glaube ich, die Schule, da springen wir ab. Okay, also jetzt. Und wo willst du hin? Da ist noch einer. Zu den Häuserblocks. Oh, hier sind jede Menge. Direkt da über der Schule. Da bin ich die Schule. Boah, da sind aber einige echt viel schneller unterwegs nach unten. Oh nein, falsche Taste gedrückt. Jetzt habe ich den Fallschirm geöffnet. Wollte ich nicht. Okay, zwei Squats sind in die Schule. Okay, ich bin auf dem Dach gelandet. Ich versuch's auch. Nein. Oh, hier liegt direkt ein Helm. Motorradhelm, aber besser als nix. Bei mir, ich hänge in meinem Fallschirm und kann den auch nicht abschneiden. Ja, geil. Ah, jetzt. Jetzt bin ich runtergefallen. Alter. Ich gehe ins Haus. Oh, die Sch... Ich höre Schüsse. Keine Waffe bisher. Bei mir gar nix bisher. Doch, ne Mikro-Uzi. Na, besser als nix. Wir müssen zwar nicht viel bringen, aber... Na, knallt euch schon ruhig alle weg. Toll, hier knallt auch einer. Direkt im Haus einer, aber... Ich hab keine Knarre. Ich hab keine Knarre. Polizei-Weste 2. Aber immer noch keine Knarre. Die sind bei dir im Haus. Ey, das darfst du nicht wahr sein. Nirgendwo knarren. Unten läuft einer lang. Äh, raus kann ich natürlich jetzt nicht. Läuft der in mein Haus? Ne, gegenüber von mir. Ah. Wenigstens eine Handgun. Eine Revolver. Ach, den kannst du knicken. Das war jetzt nix. Ja, stimmt. Wow. Eine Polizei-Weste. Oh, Mann. Oh, Mann. Eine Schrotflinte. Die ist gut. Wir müssen irgendwie zueinander finden, ne? Ich bin immer noch in dem einen Gebäude hier. Ich weiß. Du kannst mir auch nicht... Du kannst mir auch nicht sagen, ob die noch da sind oder nicht. Oh, Alter. In das Gebäude, wo du dich gerade befindest. Da ist eben einer reingerannt. Und jetzt habe ich eine anständige Knarre hier. Eine Skar. Von welcher Seite ist der reingerannt? Äh. Ja. Westen? Osten. Okay. Nee, die Tür ist zu im Osten. Nee, die kann er ja wieder zugemacht haben. Und du bist dir sicher, dass er in mein Haus gelaufen ist? Definitiv. Ich trau mich da jetzt nicht rauszugehen, Alter. Da wird Dreck weggeknallt. Hundertprozentig. Okay, wir sind immerhin nochmal mit im Kreis hier drin. Okay. Okay, ich versuche jetzt mal mit in dein Haus reinzukommen. Also, ich bin jetzt hier von oben bis unten alles abgegangen. Ich bin unten im Erdgeschoss. Wenn du eine Treppe runterkommst, linke Wohnung, Badezimmer. Ich komme. Na, der Stormtrooper. Okay, gehen wir raus? Ich habe nur eine scheiß Knarre, ne? Soll ich dir nur Shotgun geben? Nee, ich habe hier die Uzi. Die ist aber nur für Nahkampf gut. Okay, dann. Wohin willst du? Warst du hier schon drin? Nein, ich bin aus dem Haus nicht rausgekommen. Helm Level 2. Wenn du irgendwo einen Rucksack oder so. Einen Rucksack hatte ich in dem Haus, wo ich rauskam. Aber den finden wir bestimmt hier auch. Hier ist eine Sanitätstasche. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Ich gehe mal einen Stockwerk höher. Weißt du, dass er so trampelt? Ja. Hier, komm mal hier rüber. Ja, ich bin ja hier am Laufen. Oh, endlich eine Waffe. Oh nein, ich muss das weglegen. Oh, perfekt. Perfekt. Rucksack hast du hierhin aber nicht gesehen, ne? Nee. Ist nach oben aufs Dach? Ja. Hier liegt ein Rucksack oben auf dem Dach. Perfekt. Und hier liegt nur eine Polizei-Weste. Hast du eine? Ja. Ich glaube aber ich auch, ja. Okay. Cute. Wieso nimmst du die Energy-Drinks und die Splitter-Granate nicht mit? Dann, weil du die mitnehmen kannst. Hast du jetzt einen Rucksack? So, gehen wir hin? Raus. Und dann würde ich sagen... Nach links. Den Berg rauf. Richtung Zentrum halt einfach ein bisschen über die Felder laufen. Okay, aber ich würde sagen, wir laufen um die Zone rum. Ja, an der Zone, so wie wir laufen, ist irgendwie, sind Punkte einmarkiert. Jetzt sieht man die auf der Karte. Da laufen wir hin. Siehst du das Haus? Ja. Also. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Dann nehme ich mal die Polizeiweste, Rang 2. Mach das. Ich nehme mal den Rucksack Level 2. Ich wechsle die Mikro-Uzi gegen die AKM hier. Ja. Okay, der Bereich hat sich schon wieder verkleinert. Ich bin draußen. Ich warte am Baum. Okay. Zentrum. Warte, ich drehe mich und so laufen wir quasi jetzt geradeaus. Bis zu den nächsten Häusern. Okay. Okay. Ich frage mich immer noch, wo der eine Typ da diesen Ghillie-Suit gefunden hatte. Hundertprozentig in einer Jagdhütte. Ja, oder in einer Jagdhütte. Nee, ich wollte eigentlich Militärbasis sagen, aber dann dachte ich mir, das ist zu offensichtlich, wenn ich das jetzt gerade sage. Ich gehe mal hier rechts zum Turm. Hier war schon jemand, pass auf. Im Turm nicht. Nur weil die Tür zu ist. Haben wir was gefunden? Nö, aber wenn du eine Mikro-Utze hier hast, ah nee, die hast du nicht mehr, ne? Nee, nix drin. Also hier unten, hier unten war der auf jeden Fall schon drin, oder warst du das? Äh, äh. Hier unten die Häuser sind auch auf, ne? Dann nicht dran gehen. Nö, lohnt nicht. So, wir laufen jetzt unten an den Häusern vorbei. Und jetzt dann links halten. Bei 110 Grad. Achtung. In der Stadt. Also ich brauche auf jeden, ich brauche auf jeden Fall ein, äh, Visier. Na, ich hab'n Holo. Rucksack Level 1. Ne Wapp, na ey, nicht im Weg stehen. Ich gucke auch einfach mal rein. Mal linden, was da so drin ist. Hier ist es nur eine UMP. Die nehme ich mir. Ja, nicht gegen die Knarre. Mal keine Munition für die UMP. Bist du schon am Laufen, oder? Nö, ich komme. Wollen wir hier hin? Wollen wir das? Dich hört man ja echt eine Meile weit laufen, ne? Ich laufe ja auch. Ah, Rotpunkt Visier, endlich. Hm, 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 hm. Wo bist du hin? Hinter der Hütte. So, wollen wir dann jetzt mal hier in die Häuser rein, oder nicht? Ja, komm, checken wir mal ab. So, der Bereich hat sich verkleinert. Okay, wohin müssen wir? Quasi durch die Häuser durch. Hier ist nix. Das. Das können wir noch mitnehmen. Ne, hier war jemand. Alles offen. Polen offen, Junge. Bist du rausgelaufen, oder was? Ja, ja, ich bin im anderen Gebäude hier. Warst du schon in dem Gebäude? Ja, wo? Hier in dem Kleinen bin ich gewesen. 26 Leute noch. Wir müssen Gas geben. Ja. Hier kommt ein Buggy. Ich hör nix. Siehst du die Silos da vorne? Das weiße? Da müssen wir hin. Okay. Und wir müssen richtig schnell sein. Weil die Zone wird jetzt kleiner. Und dann laufen wir direkt mal weiter bis zu der Straße. In der gleichen Linie. Da siehst du zwei Häuser auf der rechten Seite der Straße. Oh, das ist ein übles Feld hier, ne? Achtung, Auto. Achtung, Auto. Linke Seite. Ich leg mich mal hin. Da unten in dem Turm sind die drin. Ja, ich hab einen. Yes, kill. Na super. Da muss aber noch irgendwo einer sein. Waren es zwei im Auto? Ich mein ja, also es müssten immer zwei sein, oder? Wir müssen immer damit rechnen, dass noch einer hier am Start ist. Wir müssen nicht. Nimm den Buggy und dann fahren wir mit dem Buggy ins Zentrum. Okay. Okay. Ich loote mal so lange. Oh, achtfach Sucher. Sehr geil. Sonst noch Stufe 3, Rucksack. Komm schnell, steig ein. So, wo lang? So, wo lang? Geradeaus. So, durch. Und fahr jetzt einfach nur geradeaus. Bis wir mit nicht im Kreis sind. Guck mal, wir sind jetzt im Kreis. Boah, was ist das? Auf, 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 auf. Gas, Gas. Nein, die haben mich. Ah, tot. Okay. Ah. 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 Weißt du, warum da so viele sind? Guck mal, da ist der Airdrop. Ja, toll. Also, guck. Du musst auf jeden Fall noch weiter. Der Kreis wird sich gleich steinern. Na, wenn ich jetzt zu Fuß rausgehe, dann knall ich mich bestimmt von der Seite weg. Aber weißt du, dass da einer ist? Ich hab da Baller gehört. Ja, weit weg. Ja, ich bin fast in der Mitte. Weißt du, was ich mache? Ich schmeiß mir jetzt meinen Energy Drink rein. Da läufst du doch noch schneller. Eben. Noch ein Airdrop. Also entweder, du musst dich jetzt, äh, wie groß ist der Kreis jetzt? Weiß ich nicht. Ich muss gerade erst mal laufen, weil ich mich hier ein bisschen unbehaglich fühle. Du kannst ja eindrücken, wenn du läufst. Klein. Dann musst du dich, äh, versuchen jetzt irgendwo zu verbarrikadieren. Und jetzt, äh, so blöd das Spiel jetzt auch, äh, für dich klingen mag. Warten. Nee, hier ist scheiße. Hier zu viele Eingänge. Lauf in den Turm vielleicht. Und was für ein Turm. Da oben, den? Yes. Ich glaube, ich sollte mich einfach irgendwo hier auf dem Felsen oben drauflegen. Kannst du auch machen. Dann den Fels hoch. Du bist ja außerhalb des Kreises. Okay. In den Turm da. In den Turm da rein. Ja, ja, ja. Wenn da nicht jetzt schon einer ist. Am besten in den unteren, in den unteren laufen. Warum in den unteren? Weil der Kreis ja nochmal kleiner wird. Ah, nee, ich meine den, in den anderen Turm, der weiter unten ist. Pass auf. Da schießt da jemand auf dich. Hinkrouchen. Du musst dich hinhocken. Schießen musst du dann aufstehen, wenn du schießen willst. Aber, und jetzt, äh, guck, die werden jetzt hundertprozentig von dem Ding, äh, weglaufen. Die Zone wird jetzt normal. Komm, warte, sei mal leise. Hier ist jemand. Ja. Auf Autostellen. Da läuft er. Ah, nee. Hast du ihn umgebracht? Ja. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Noch nicht, noch. Du wirst gleich eh nochmal laufen müssen, weil du nicht zentral bist. Du kannst jetzt aber Glück haben, dass der Bereich hier einfach nur... Mhm. Ich warte jetzt einfach hier erstmal ab. Ja. Ah, fuck. Du musst wohl oder übel. Du hast eine Minute, ne? Ich guck jetzt erstmal einmal rum. Die sind rechts. Mal an die. Ich renne einfach mal. Da steht auf jeden Fall ein Auto. Rechts. Couchen. Couchen. Nicht rennen. Jetzt. No. Genau. Vielen Dank. Hinter dir, hinter dir. Rechts, genau. Ah, fuck. Ich habe ihn nicht gesehen. Spannende Runde, Platz 6. Ich bin beruhigt, dass du nur Platz 6 geworden bist. Ja, ja. Damit du noch schön Platz 4 bist. Okay. Aber das Krasse war, wie viele Punkte hast du jetzt bekommen? Irgendwie 176, also nicht viel. Im Solo hatte ich, als ich quasi Vierter wurde, hatte ich 480 Punkte oder so. Krass. Das war schon nicht schlecht. So, dann beende ich jetzt mal meinen Stream. Ich auch meinen. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.